Ha, du mit deinem Achterbahnfahre. Weicht? Ich fahr ja auch gerne Achterbahn. Also wirklich, ich fahr gerne Achterbahn. Ich mein, ich sitz da drin und fahr, ich hab einen Modspaß. Ich hab einen Modspaß. Okay? Ich find's richtig geil. Dann hockt aber vor mir ne Frau, ja? Die Modspaß hatte. Und plötzlich meint sie muss kotzen. Wer bekommt das ab? Wer bekommt das ab? Das geht alles in den Mund. Immer geht's voll in den Mund. Ich weiß nicht warum. Im Looping, die macht die Arme hoch, ich mach die Arme hoch. Sie bricht, ich schrei. Schon hab ich's im Mund. Achterbahnfahrer, hör mir auf mit dem Scheiß. Hör auf. Hör auf jetzt.